Leute, willkommen zum ersten von insgesamt zwei Videos an diesem so glorreichen, was haben wir denn überhaupt, Mittwoch Nachmittag, 15 Uhr rum, kommt dieses Video raus. Heute Abend gegen 19 Uhr, 19.30 Uhr rum, gibt es noch ein zweites Video, jede Menge Season 20, Leaks, Buffs, Nerfs und so weiter. Habe ich noch ein paar Bilder, eventuell den R99 Skin in bewegten Bildern und ich reiche noch die Perks für Caustic nach. Im letzten Video, wo ich alle Perks verraten habe, habe ich Caustic vergessen, ich hatte ihn, ich habe ihn wahrscheinlich überlesen, ich habe es wahrscheinlich auch eingeblendet, aber ich habe ihn einfach überlesen und es hat nichts damit zu tun, dass das meine absolute Hasslegende Nummer 1 ist für alle Stammzuschauer. Ihr wisst, dass das so ist, aber es war tatsächlich keine Absicht und die Perks von Caustic sind gar nicht mal so ungeil, wie ich finde, das macht Caustic noch belastender. Und es gab heute, nein, gestern Abend, nee, gestern Mittag, mein Gott, habe ich Wortfindungsstörungen, noch dieses Video, das kam leider gar nicht ganz so gut an, weil ich glaube ich vom Release her die Uhrzeit um vormittags ein bisschen schlecht gewählt habe. Deswegen ist das bis heute relativ schlecht geschaut. Respawn hat die neue Legende geteasert und das ist kein Fake, das sind keine Leaks, das ist offiziell von Respawn versehentlich passiert. Schaut also noch in dieses Video rein, das müsste das letzte Video sein, was ihr seht, werde ich auch im heutigen Video 19 Uhr nochmal anmerken. Also vergesst da nicht reinzuschalten, die nächste Legende, sehr, sehr interessant. Und ich möchte euch in diesem Video sagen, dass sich klammheimlich das neue Recolor Erbstück von Krypto eingeschlichen hat, ohne große Ankündigung von Respawn. Und ich muss sagen, ob das gefeiert wird, hin oder her, die Preise und so weiter und so fort, aber ich finde es mega, mega geil, dass dieses Erbstück-Recolor nicht an ein Collection-Event gekoppelt ist. Das regt viele von euch völlig zu Recht auf und nimmt meiner Meinung nach und die Meinung von vielen völlig zu Recht, nimmt das sonst, ich sag mal, den Platz bei einem Collection-Event für eine Legende weg, wo ein Erbstück noch sehnlichst vermisst wird. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Newcastle hat noch kein Erbstück und macht es jetzt Sinn, unbedingt das nächste Collection-Event, wenn es jetzt nicht gerade das Anniversary-Event mit den Erbstück-Splittern wäre, kommt auf einmal ein Event und dann kommt auf einmal ein Recolor für eine Legende, wo wir schon ein Erbstück haben. Also lieber eine Legende, wo noch kein Erbstück da ist. Also einfach so implementiert, ist eine absolut feine Sache für alle, die Erbstück-Splitter haben und einfach sehnlichst darauf warten. Ursprünglich ging man davon aus. Übrigens hier der Finisher, der ist ultra geil und ist auch ultra kurz, wie ich finde. Man könnte fast denken, dass es der kürzeste Finisher überhaupt mit unter ist, so Richtung Pay-to-Win, aber soweit ich weiß, dürften eigentlich alle Finisher gleich lang sein. Aber ich glaube, wenn dann überhaupt, Millisekunden nur auseinander. Auf jeden Fall eine sehr, sehr feine Sache. Geiler Finisher, man ging davon aus Season 20 und jetzt kam es einfach so rein. Ist eine absolut coole Geschichte. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich noch irgendwas anderes sagen wollte. Ich glaube, das war es. Wie gesagt, heute Abend gibt es noch ein weiteres Video und vergesst nicht unbedingt noch in dieses Video hier reinzusehen. Von der Uhrzeit, wie gesagt, habe ich mich da echt ungünstig verschätzt und dadurch haben es die wenigsten von euch bis jetzt gesehen. Also schaut auf jeden Fall nochmal rein. Bis zum heute Abend erscheinenden Video. Wir lesen uns in den Kommentaren, im Livestream oder sonst irgendwo heute rein. Ciao.